ja hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu ratten wir gehen jetzt wieder rein was müssen wir jetzt eigentlich machen wir haben ja das strom ding da jetzt gemacht jetzt können wir zum elevator war das der high gerade ja der ist hier mit reingekommen ja wir haben uns mal wieder leer gemacht bzw der voll gemacht also erst leer gemacht und dann voll mit essen und so machete schmähte und sowas hier ist wieder loot oder immer noch das war ja nicht freigestellt ach so das ist der elevator hier ne minus vier da sind wir gerade oh ja stimmt nicht gesehen ah cool und dann mal lesen ja kika free data ford aber wir waren auch glaubt man nicht in jedem gebäude ne ne glaube ich auch nicht ohne ready warte schießt ihn mal ab bam bam oh bam boah mein bogen ist kaput kaputschki kaputschetti nicht hier ist eine torte eine torte eine torte hier ist eine torte hier ist eine torte eine tortschki mhm, die würde ich jetzt essen mhm ich habe hier noch vier Marken ey, krass du 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 de duhat du du do didi de權 du de tit badataba badataba hm hast du unten alles abgesucht ich habe jetzt unten noch nicht in jedem ding ich glaube hier waren noch treppen die man die da ich weiß nicht ob hier noch eine kiste war die treppen hier wenn du hier her kommst die habe ich von eben auch dagegen ist natürlich da müssen wir schon gewesen sein gekommen sind wir die treppen ja auch soja ich weiß nicht ob wir jetzt unten schon alles gemacht hatten hier in der wohnung ich habe hier nämlich noch nicht alles abgesucht kann er sein dass du hier schon überall jetzt war es hier ist halt noch ein billiardtisch dann dort hast du mehr gibt es nicht einfach nur der raum ok ja dann gut ja ja quatsch ja 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 kann ein bisschen äh ne ja verwirrend meine phrase manchmal hat sich das gluten das ist weil die noch so rum wackeln dann kann ich hier ist nicht weiter überraschung wir müssen geht noch höher crazy was ist das für eine riesen butze hier ein restaurant oder so mehr steckig ja 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 ich höre eine retzke du eine retzke ja irgendwo ist hier eine radde weil ich mach zwar außer geräusche aber come on now doch keine retzke hier kann man raus und dann kann man hier rüber oh dann kann man hier rauf oh geil auf dem big turm hier der biggie mc titty tower mauer ja das ist fantastic ja dann gehen wir einfach mal hier hoch um da gleich runter zu fallen wer voll der plotwist jetzt kracht die leider ab und fällt runter wirklich muss dann wieder hochkommen ey cool cool mit k und h naja voll nice und stein wäre deine anwesenheit ja das stimmt ne ne deine ach so ist hier noch was Nö ähm ja ne wo sind wir 10 genau ganz ohne das ging jetzt aber sehr 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 schnell eine ein hinweis noch so we haven't done anything hostile yes they're still just yes sir i am armed but if i may speak oh ein bauplan für ein großes lager nice ist das bitte für einen riesen turm hier und wie schnell der fahrstuhl einfach da hoch fährt voll krass haben wir eine notiz nee das ist der bauplan ja tango nee tangarua project official supplies eine brille ein gut oder was eine schere und ein rettungsring müssen wir finden die frage ist ja ich weiß einfach drücken haben wir irgendwo ein code ich kann kannst dir genau sein davorstehen straßen an muss gucken wo das gebäude mit dem zeichen in dieser straße welche hausnummer das hat okay ach du meinst hier dieses in der tranquil street ist ja und bazar street ah okay okay und in irgendein gebäude hatte dieses zeichen da drauf dann musst du die hausnummer davon ah right und was gab es hier nochmal und die stiefel sind panzerung glaube ja aber weiß gar nicht mal ob wir das brauchen und sich bestimmt eh auch einfach nur ab so main 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 street hier rechts den namen oh hier ist noch eine er ist noch eine notiz die kid's name is detto how someone his age was able to reconstruct an engine like that i'll never know but now we've got the boat working we'll be gathering up a few more survivors before we head off the rafters either hid up in the apartments are left to see most of them seemed sick no wonder they were so desperate we need to hurry those large rats that came with the rafters or aggressive i say let them chew tangaroa into pieces i'm coming for you on that remember the place we heard about the sanctuary we'll meet there i know it i'll see you there utopia hier ist exterior lane memory warte mal memory nee memory nee also hier diese lane äh diese straße exterior lane tranquil street das ist die erste ja gut ist ja egal wir sind jetzt hier in der straße von dieser dings und jetzt äh jetzt soll hier eine ding muss ich das zeichen suchen ja denn der burger chelis burger hat hausnummer ach so ist das gemeint oh okay das ist hier der bürger acht ah okay ah und jetzt in die nächste straße ah okay ja ja jetzt habe ich verstanden okay also acht ist zweite stelle quasi jetzt wollen wir trennen kui irgendwas äh muss man hier den robo töten fly und was ist das hier ja hier guck mal das ist die ja hier wahrscheinlich links das ding aua hau dir eins über der mürze dude so da müssen wir äh ja genau das ding hier ne vier also vier acht dann müssen wir in die bazaar street zu dem haar salon oder was auch immer ding bazaar hair müsste man ja eigentlich auch vom weiden sehen vielleicht hier dann irgendeiner ah hier ist schon mal die party dings die bauen wir auch board da ist ein ähm rettungsring dings geht hier außen lang hier ne nah ja das ist die drei haben wir uns das jetzt gemerkt was war das jetzt an 4,8 ach 4,8 4,8 war das okay ja 8 wusste ich noch plus 4 wusste ich nicht mehr 4,8 3 4,8 3 Jetzt brauchen wir noch die Schere. Genau. 4, 8, 3. Ähm. An welcher Straße? Hier, Basar habe ich hier. Genau. Schere. Hier. 4, 8, 1, 3. Nice. Ich wollte noch gucken, ob es irgendwelche Gebäude hier gibt noch mit roten Türen. Ich glaube, es sind keine mehr. Ich komme mir nämlich immer so wenig vor. So, was haben wir jetzt? 4, 8, 1, 3. Ja. Ja, ich gehe mal hier runter. 4, 8, 1, 3. Das kann ich mal, worunter du gerannt bist. Und zu dem Ding hier wieder rein. Meinst du, hier gibt es noch Gebäude? Ich glaube nicht. Zu dem Aufzug? Ja. Kam mir halt damals deutlich mehr vor, aber ich weiß nicht. Weil, wir haben gar nicht mehr so viele Sublines genommen. Mhm. Deswegen habe ich die Befürchtung, dass wir nicht überall drin waren. Und wir nicht jede Subline genommen haben. Kommst du, oder? Ja, ja. Ja, ja. Den komplizieren weg. Ich hätte vielleicht einfach den einfachen Weg nehmen sollen. Ja, du warst ja neben mir. Ich habe dich nicht gesehen. 5 Meter noch. Ich habe einen Roboter. Ich habe einen Roboter gefehlt gehabt. Wolltest du bloß da runter gehen hier? Du wolltest doch jetzt zum Turm, oder nicht? Ja. Ja, ja. Dann wache ich doch gerade. Ich nehme nur den komplizierten Wege. Du kannst ja auch schon zum Turm kommen. Ja, ich bin schon da und warte schon die ganze Zeit. Achso, weil du gesagt hast, ich wäre 5 Meter neben dir. War ja nicht so eben. Doch, war eben so. Ja, ich habe aber einen Roboter gekillt. Du bist ja ein bisschen von mir weggelaufen. Ja, der Roboter ist aber 5 Meter neben dem Turm. Du brauchst ja bloß einmal rechts runter gehen. 5 Meter. Bin ich auch. Ich weiß nicht, wo du jetzt gerade lang gehst. Ich bin auch im Turm drauf. Also fahre ich jetzt hoch. Ja, ja. Fahr ins erste Stock weg, oder so. Ich habe gesagt, das erste. So. Willst du eingeben? Du kannst es ruhig eingeben. Hier ist schon auf, einfach. Ja, ja. Damit du gucken kannst. Achso. Au. Achso. Ich dachte, das öffnet die Tür. Du kannst ja mal gucken, was da drauf steht. Ach, Emergency Bridge Launch. Jetzt sehe ich das erst. Wow. 4, 8, 1, 3. Wow. What the fuck? What? Was war das? Alter, krass. Oh Gott. Man kann ja auf der Kuppel lang glauben. Ja. Ja. Kommt man hier aber auch wieder irgendwie runter? Ich glaube, du kannst vom Rand der Kuppel ins Wasser springen. Nice. Alter, ist das geil. Ja, aber dann würde ich das in der Nähe von unserem Bötchen machen, sonst es kommt ein. Ja. Ich würde mich niemals trauen, auf so eine Riesenkuppel, wo nur so Glas ist, lang zu laufen. Die Frage ist, das müssen wir erst mal herausfinden, wo unser Bötchen ist. Ja, true. Ich würde sonst einfach mal da runter springen, wo diese Bridge gelandet ist. Da könnt ihr aber auch mit dem Boot hinfahren. Ja, ja. Ich sehe dich gar nicht mehr auf der Kuppel hier. Ich bin schon ein bisschen runter. Komplett runter? Ne, aber gleich. Ich habe keinen Speer, das ist ganz schön kacke. Wenn eine Haie jetzt kommen, meinte ich. Aber man sieht von hier oben auch nicht, wo das ist. Egal, Geronimo. Scheiß auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh scheiße, Aua. Oh scheiße, Aua. Bist du jetzt wirklich? Ja, ich bin runter gesprungen. Okay, das war gar nicht so. Ja, aber du weißt, dass wir dann zu unserem Boot zurückschwimmen müssen den ganzen Weg. Ja, ja, weiß ich. Alter, was ist das? Das ist das Lande-Ding. Krass. Du meinst, man kann von oben unser Raft nicht sehen. Kann man sehr wohl sehen. Ja? Ja. Noch ist nix high hier. Aber wir müssen ja wahrscheinlich eh jetzt rüber zu dem Kontrollding hier, ne? Ja, ja. Dann können wir schon mal hinschwimmen. Ist ja nur zwei Meter. Ja. Kriegst du das hin mit, äh, oder willst du auch schwimmen oder willst du mit dem Boot kommen? Ich komme jetzt mit dem Boot. Jetzt macht der Hai hier wieder was kaputt, ey. Hm. Wir werden auch noch nicht alles gesammelt und entdeckt haben, weil es ja auch ein Chiefment dafür gibt, ähm, alle Notizen und sowas zu finden, weißt du? Hm. Aber wir können ja gleich nochmal, äh, nach der Aufnahme ein bisschen rum, äh, gucken. Also, a little bit offscreen. Du bist schon da? Ja. Verschwimmst du hin? Ne, ich bin da. Das siehst du, aber du brauchst bloß ein bisschen rumpaddeln, denn siehst du das direkt. Das ist sehr, sehr dicht an der, äh, an dem Dom. Ich habe nur das Gefühl, unser Rav ist gerade sehr langsam, so groß wie die Kuppel ist. Boah, boah, so groß ist die Kuppel eigentlich gar nicht. Es geht. Bin jetzt recht schnell, ich seh dich schon. Bin jetzt recht schnell, äh, rumgeschwommen. Das sieht cool aus, wie einfach das Rav sich dafür, wie einfach so ein schwimmendes Haus auf mich zukommt. Und ich weiß, mein Baby ist da drauf und macht gerade alles. Alles ist schon geil, ey. Das ist schon echt cool. Oh, auf einmal ist hier Loot gespawnt. Interessant. Das ist einfach gespawnt da gerade. So, oh, das, das Raft ist da. Die sind jetzt da, da müssen wir jetzt aber Loot spawnen. Du schaffst das. Ich glaube an dir. Ich glaube an dir. Ja. Oh. Ups. Heichen. Hallo, Baby. Hallo, Schatzi. Zu paddeln. Oh, ich muss paddeln. Ja, ist ja egal. Aber du hast schon angelegt, ne? Eigentlich schon, ja. Hast du Anker runter? Ja, hast du schon runter. Ja. Kannst du noch paddeln? Ja. Das ist meine Mama hoch. Nö. Mach ich hoch. Kannst du da runter machen? Ja, und das ist noch am Hof fahren. Warte. Ist. Un. Okay. Nice. Ich muss mal kurz Wasser auffüllen. Ich hab gar nichts mehr. Oh. Mal zu Salzwasser nachfüllen. Ich hab grad meine Flasche. Ja, und hast mir kein Wasser mehr da gelassen für mich. Nö, ich bin auch leer. Und dann muss ich mich wieder voll trinken. Und dann muss ich wieder... Ja, aber warum soll ich dir dann... Das macht ja keinen Sinn. Wir müssen... Wir müssen uns doch hier eh auffüllen. Weißt du, warum... Was macht das jetzt für einen Unterschied? Ob wir jetzt nur teilen oder uns sowieso nacheinander voll machen. Weißt du, was ihr meint? Das kommt aufs Gleiche hinaus, so. Dass ich nicht am verdursten bin. Ja, aber es ist doch egal. Wir stehen doch jetzt hier eh und warten. Ja. Dann kriegt man wahrscheinlich gleich Damage. Ach, komm. Ja. Musst dir wieder Essen mitnehmen, ey. Ich dachte, du hättest dir auch wieder eine zweite Flasche gemacht gehabt. Ja, hab ich auch. Ich hab ihn ja abgelegt. Bloß, weil ich sie jetzt grad nicht bei hatte, wollte ich, dass du das einfach auffüllst. Achso, okay, mach. Ich dachte, du hast eine Flasche dabei. Ich hab eben aufgefüllt, nur hab ich jetzt meine Flasche aufgefüllt, deswegen. Ich kann mir auch mal leer machen, halt mal. Ich kann mir auch mal leer machen, aber ich kann mir auch mal leer machen. Ich kann mir auch mal leer machen, aber ich kann mir auch mal leer machen. Sag Bescheid, wenn du los möchtest. Du bist schon vollgesoffen. Ja, fehlt mir so ein Fünftel oder so. Hm. Ich mach grad noch Essen für dich oder baust du gar nichts mehr? Ich brauch grad nichts. Okay. Ich hab noch ein bisschen dabei. Ja, dann lass noch kurz warten, bis das Ding fertig ist hier. Und dann lass uns mal, falls doch, pawk. Hier ist das Ding fertig. Das Ding ist ein bisschen dabei. da hinten ist noch ein fass komme ich nicht ran habe jetzt kein dings mit hab's eben auch schon probier da so weit weg sehr schön all right dann let's go aber jetzt müssen wir schluss machen übrigens weil wir sind bei 30 minuten ja aber im nächsten part geht es weiter leute